Hallo Leute, willkommen zurück zu Singularity. Ja, ich wollte euch jetzt mal eben zeigen hier, von wegen Grafikeinstellungen und so. Ist alles wirklich so hoch wie es geht. Ähm, ich frag mich wieso ihr meint, dass ich irgendwie die Grafik runtergestellt habe, ich verstehe jedenfalls nicht. Kann an der Umgebung gelegen haben, ich weiß es auch echt überhaupt nicht. Jaja. So, dann hier die Fußsprung aktivieren, dann nehme ich das. Und dann snipe ich die jetzt erstmal wieder weg. So wie beim letzten Mal. In den Kopf rein. Wo ist noch einer? Oh, da. In den Kopf rein. In den Kopf rein. Und Headshot. Bam, ey. Einfach bam. Ja, komm, komm. Ha, getroffen. Ich bin ja so ein Pro. Ich bin so ein Pro. Ich glaub, Battlefield T-Rose hat ein bisschen geholfen. So, von der Präzision her. Tot? Was? Wo bist du denn? Hallo? Hallo, wo bist du? Da. Nein. Den ersten nenne ich verfehl. Glaube ich jedenfalls. Ähm. Ich... Wo? Ich mach mal verkürieren. Kann ich Ihnen rüberhelfen? Bam. Also mein echt... Der Tipp, der ist echt genial, den ich hab. Erst zielen, dann kurz Ding ins drücken, Zeitlupe und dann direkt wieder rausgehen aus dem Zielmodus. Dann könnt ihr eigentlich die ganze Zeit so zielen. Mit der Zeitlupe. Munition ist voll. Okay. Äh, ja, das will ich ja nicht sehr zerbrechen. Und, ähm, jemand dessen Name ich jetzt, äh, leider nicht aufgeschrieben hatte. Äh, kann ich jetzt jetzt erschießen? Tatsächlich. Ja, Moment, wo ist denn der Kran? Sekunde. Äh, der hat mir einen guten Tipp gegeben. Moment, ich zeig ihn mal eben. Toll. Komm. Mach, mach, mach. Schieß doch. Ja, schieß weiter. Schieß weiter. Schieß weiter. Oh, geht nicht. Auf jeden Fall kann man da Projektil mit der Hand aufhalten, irgendwie. Wenn man Zeitlupe aktiviert hat. Oh, es ruckelt wieder leicht. Yeah, geil, ey. Also muss das doch sein. Erst Hilfe back. Wow. Dann. Ich raffe überhaupt nicht, wo lange ich muss. Hier ist aber auch keine Anzeige oder so. Ich geh mal einfach zu irgendeinem Kran. Ähm. Oder einfach hier hin? Nö, da nicht hin. Das geht ja nicht. Dann probiere ich jetzt mal hier oben drauf zu gehen. Und dann. Ja. Geht bestimmt. Ist bestimmt möglich. Oder auch nicht. Geil. Obwohl ich oben bin, kann ich nicht weiter nach oben. Sehr schön. Äh. Verpackt. Hallo? Okay. Leute. Was kann ich dafür? War jetzt ein einziger Bug. Och nö. Ja, super. Egal. Dann kann ich euch ja jetzt vielleicht zeigen mit der Zeitlupe hier und so, ne? Wo ist denn das? Da. Komm, schieß. Schieß. Fick dich doch, ey. Geht irgendwie nicht. Da brauche ich schon irgendwie Dauerfeuer von den Leuten. Okay. Und komm, du stirbst auch noch. Oh, in den Kopf rein. Und. Ach so, der ist schon gestorben. Ups. Was war der einzige Weg rüber? Ich hab mir da nicht zugehört. Haha. Dafür bin ich ja bekannt, dass ich nie zuhöre. Wo sind die denn? Hallo? Egal. Ich geh einfach mal weiter. Hallo. Ich bin auch Let's Player. Headshot. Okay, dann nehm ich hier mal die Muni auf, die ich ja brauche. Wenn sie den Kran reparieren, kann ich ihnen rüber? Rüber helfen. Scheiße, kein Headshot. Egal, trotzdem tot. Ich bin ja... Der Headshot-Man bin ich ab heute. Oh. Geil. Ich hab mich... Ich hab wieder ganz vergessen, mich überall umzuschauen. Oder hätte ich beinahe vergessen. Wo seid ihr denn? Hallo? Ja, sag an. Okay. Oh, da ist er. Zack. Ach so. Sehr schön. Ja, sicher. Zeitlupe. 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 Boah, das ist echt... Echt geil. Ich liebe das. Wow. Die wissen gar nicht, was mit dem passiert. Ey, so schnell sind die tot. Ah, toll. Ha. Ist er gestorben? Nö. Da ist er so schön in Deckung gegangen. Hat ihm nur nichts gebracht. Hat er, hat er. Hat er, hat er, du de die. Okay. Ich geh nicht wieder dahin, wo ich gerade gestorben bin. Kann ich auch nicht hin. Was ist das? Nichts. Nichts ist das. Okay. Kleine Mini-Ruckler zwischendurch. Warum auch immer. Das hab ich fast vergessen. So, wohin jetzt? Ich hab wieder gerade nicht zugehört. Ach, ihr müsst das doch lieben, Leute. Meine Verpeiltheit. Das schafft sonst keiner. Nicht in diesem Ausmaß. Ach da. Okay. Ja, zermatsch mich. Ach ja, ich hab schon ein nächstes Let's Play im Kopf, ne? Und das hat auch was mit Zeitreise zu tun. Ihr braucht jetzt nicht raten, was das ist. Ihr werdet das schon irgendwann sehen, wenn ich das dann mach. Ich denke, das wird mein nächstes LP. Oh. Nagelkanone. Was ist das denn? Mit E-99 aufgeladene Kanone, die explosive Nagel geschossen hat. Vorredner Schuss erfolgt bis zur kompletten Aufladung mit leichter Verzögerung. Und jetzt, wo seid ihr? Hallo? Hallo? Ich bin blind. Ach so, da. Scheiße, Mann. So, warte. Wie geht das? Ja, duck dich doch mal. Mein Gott, duck dich doch. Ich will einmal treffen. Toll, sinnlos. Scheiß Waffe. Ich find die andere besser. Nein. 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 Obst, nicht getroffen. Nein. Oder doch? Ja, komm. Ey, lass mich doch... Ha, ha, ha. Schnell, ha. Ja, geht doch. Sehr gut. So. So weit wie Granaten gibt es ja hier irgendwie nicht, soweit ich weiß. Egal. Ich sniper die von... Von einem Meter Entfernung weg. Ist auch geil. So, so muss man snipern, ey. Scheiße. Knapp daneben. Knapp daneben ist auch vorbei. Arschloch. Sackgesicht. Au. Bam. Bam. Aus einem Meter Entfernung wieder. Ja. Ja, komm. Scheiße. Mein Gott. Bam. Ich wechsle mal die Waffe. Das wird sonst langweilig beim Zugucken. Besonders soll ich die so episch weg, Sniper. Yeah, man. Yeah, man. Oh, die Waffe ist weg. Egal. Wollte ich es sowieso nicht haben. Oh. Ja, das hat sich ja tierisch gelohnt. Hä? Ravin nicht. Finden sie den Zug. Tutut. Ja, komm. Stirb, verreckt. Boah, bam, ey. Einfach bam. Jetzt. Okay. Wartet. Valkyrie. Äh. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, ja. Hm, ruckel. Momentan sehe ich hier noch nichts. Aber ich bin noch blind. Da ist er. Da konnte gar nicht mehr aufstehen, der arme Sack. Äh. Soll ich jetzt hier rein? Oh, toll. Na, geil. Ich wollte da nur drunter krabbeln. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Die Musik gefällt mir schon wieder gar nicht. Boah. Diese Missgeburt, ey. Ja, klar. Oh, mein Gott. Ich gehe nach Hause. Ich bleibe jetzt hier. Mama. Ey, die Musik. Und die Atmosphäre. Und die Geräusche. Ha. Ha. Ich werde mich jetzt nicht erschrecken. Oh, mein Gott. Was war denn das? Das ist gerade eben so ein Blatt Papier. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ey, geh doch verrecken, ey. Boah. Ist das schlimm, der Sound, ey. Übertreib doch direkt mal. Krass, ey. Ist ja der schlimmste Sound, den sie bis jetzt im Spiel gehabt hatten. Zerstörungswunder. Sie hatten mehr Munition von Gegnern und fallen gelassener Beute. Ja. So, euer.